Moin Meister! Willkommen heute hier zurück zu einem weiteren Video. Meine Freunde, heute gibt es mal wieder Lucky Blocks. Es ist lange, lange Zeit her, dass wir mal Lucky Blocks gemacht haben. Ich glaube, es ist schon mindestens 1, 10 Milliarden Jahre her. Ich weiß nicht, ob das eine Zahl ist, aber Leute, es ist schon mega, mega lange her. Und ich hatte mal wieder Bock darauf, eine richtig schön klassische Runde Lucky Blocks mit euch zusammen zu spielen. Und hier gibt es verschiedene Regeln, die wir machen müssen, die wir befolgen müssen. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Menge Zeug, die wir beachten. Okay, es regnet Spinnen hier drinne. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, Leute, ich habe wieder den Alex Skin drinne, weil ich nicht weiß, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist der Skin die ganze Zeit so komisch. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir starten mit einer ganz, ganz klassischen, schmackhaften, deliziösen Runde mit Lucky Blocks, meine Damen und Herren. Wir haben hier, oh, Spawn Lucky Block Eier. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Hm, speziell. Das wusste ich natürlich. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich als guter... Guter alter Profi. Hier sind auch noch ein paar Lucky Block Eier drinne. Aber, Warp to Area, gehen wir mal hin. Oh, interesting. Oh, okay, doch nicht so interessant, wie ich gedacht habe. Bad. Es ist ein Slime. Okay, alles klar. Das ist der erste Lucky Block, den wir heute aufgemacht haben. Und natürlich ist das ein böser Lucky Block gewesen. Perfect. So, ihr Freunde. Ihr Freunde. So, ihr lieben Leute. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal hier ein bisschen um. Was ist das hier? Oh, das war ein guter. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal zwei Kisten. Da würde ich auch mal gerne reinschauen. Oh, eine Lederkappe. Alles klar, die ziehe ich natürlich super gerne an, weil ich liebe Lederkappen. Das sieht so super fancy aus. Das sieht toll. Das sieht super toll aus. Ah, ich glaube, man kann hier sozusagen sogar PvP gegeneinander machen, Leute. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz cool. Man hat dann hier sozusagen 16 Stück und man kann dann hier drüben gegen einen anderen kämpfen. Der hat dann wahrscheinlich eine orangene Lederkappe. Ja, ganz genau. Okay, cool. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein kleines bisschen hier um. Und, oh, okay. Super Unlucky. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was? Warte, 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 warte. Super Unlucky. Ähm, Cloud9. Tschö mal kurz. Okay, ich werde das hier überleben. Ich werde das überleben. Ich werde das überleben. Ich werde das überleben. Oh, ja. Easy Game, Leute. Easy Game. Also, hier haben wir auf jeden Fall noch einen kompletten Weg, der hier sozusagen runter zur Arena führt. Aber, ähm, genau. Oh, lol, was ist das da oben? Ist das so eine Art Raumschiff oder so? Okay. Ich würde sagen, go to Cyan spawn. Jo, das mache ich. Und ich würde sagen, wir spawnen jetzt einfach mal hier ganz, ganz viele Lucky... Oh, was ist jetzt passiert? Ähm, oh, oh, ähm, äh, cool. Okay, okay, alles klar, ich bin in einem Slime. Und, hä? Hä? War Bouncy Castle, also das hier ist eine Hüftburg, aber... Ähm... Oh, Schuhe. Cool. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß gerade nicht... Ich weiß gerade nicht, was hier passiert ist und wo ich bin. Äh, alles klar. Gut, ich mache jetzt einfach weiter so viele Lucky Blocks auf, bis irgendwas... Bis irgendwas richtig Verrücktes passiert. Oh, ja. Gut, damit können wir uns sozusagen sogar schon rausbauen. Aber, hä, wo bin ich jetzt gerade? Lol, ist das crazy. Warte, chill mal kurz. So, ich will mal hier aus dem Bouncy Castle raus. Ich hasse Lucky Blocks. Was ist passiert? Wo bin ich? Au! Bin ich immer noch hier? Ja, Tatsache, aber guck mal, wie das... Jo, was? Hier ist einfach so ein Riesending auf einmal erschienen. Hä, cool. Guck mal, hier, mach mal weg hier das Ding. Oh, oh, da ist jemand runtergefallen. Hallo, Mister. Ein Trader ist das. Hallo, Sir. How do you do, Mister? Äh, was geht ab? Ähm, okay, wir gucken einfach mal weiter. Ich würde sagen, wir machen ein paar mehr auf. Zack, zack. Man muss die gar nicht so richtig abbauen. Man tippt die einfach nur einmal an und dann funktioniert das Ganze auch schon richtig. Ich bin komplett vollgemüllt mit Müll. Oh, Mann. Okay. Machen wir mal hier den verzauberten Apfel raus. So, dann haben wir jetzt mal eine verzauberte Apfel-Dingens. Oh, das hier ist ganz chillig. Nennen wir mal alles mit. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal alle Lucky Blocks hier an. Ja, vielleicht gibt es da ein paar dabei, die wir noch nicht kennen, weil das hier... Ich habe einen Haar im Mund, weil dieses Lucky-Dingens hier kannte ich jetzt nicht. Äh, wir gucken uns einfach mal ein bisschen was an. Mann, wieso dauert das so lange irgendwie? So. Das hier kann ich alles wegschmeißen. Weg damit, alles weg damit, weg. Weg damit, weg damit, weg damit. und das da auch und das auch und öööööööööööööööööööööööööööde. Alles raus damit. Zack. Okay. Und da würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal ein bisschen weiter hier diese neuen Lucky Block Eier an. Hier einmal das. Da war eine Uhr drin. Ein bisschen Rüstung. Die kann man immer mal gut gebrauchen, falls uns hier gleich irgendwas angreifen sollte. Ansonsten würde ich sagen, machen wir gleich wieder eine Linie. Okay, hier ist wieder Gear. Das ist auch unnötig. Ah! Ich hab nix zum an... Invasion. Es ist eine Invasion. Okay. Okay. Ich kann auf jeden Fall die Invasion überstehen. Ah! Okay, ich kann sie nicht überstehen. Okay, lauf. Lauf. Ich brauche irgendwie Waffen. Oh, ganz viele Schafe. Ja, das ist auch eine tolle Waffe auf jeden Fall. Okay, es ist auf einmal dunkel geworden. Oh! Hey! Cool. Immer wenn irgendwas explodiert, erschreck ich voll. Oh. Warum? 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 Warum war da TNT drinne? Mach auf. Irgendwas Gutes. Ich will was Gutes haben. Was versteht ihr denn nicht da drunter? Ich brauche was Gutes. Bitte. Das ist nicht gut. Eine Prison Trap ist nicht... Aha, ich bin sicher vor dir. Haha, was willst du jetzt machen, ne? Was willst du jetzt machen? Willst du mich hier mit deinem komischen Pickel auf der Nase jetzt mich angreifen, oder? Ich bin jetzt hier drinne einfach gefangen und du kannst nichts dagegen tun. Und ich habe Pferde hier drinne? Okay. Machen wir weiter. Und jetzt komme ich hier wieder raus. Lol. Easy Game, Alter. Mann, du dumme Hexe. Lass mich in Ruhe. Mann. Hilfe. Oh. Warum kriege ich die ganze Zeit so schrottige Sachen? Jetzt stecke ich hier in der Wand. Ich will hier raus. Bitte. Hallo. Hallo. Oh. Okay. War jetzt vielleicht nicht das Beste von allem. Aber ich würde sagen, wir gucken uns hier... Ach, guck mal. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Das hier ist so eine Art Lucky Block Fabrik. Das sehe ich jetzt erst. Fancy. Äußerst, äußerst fancy. Alles klar. Alles klar. Och, Mann. Steht der immer noch da? Dieser... Was war das? Das war einfach ein Creeper, der mich übelst weggebombt hat. Oh, Mann. Irgendwie ist hier alles Dings. Ich glaube, dieses Lucky Block Ding, das meint es gar nicht gut mit mir. Egal, ich mache jetzt weiter. Ach, Mann. Nein! Ich stecke schon wieder fest. Warum? Komme ich hier irgendwie raus? Hallo? Oh, ich bin draußen. Ich komme raus. Oh, lol. Ich schaffe es. Chillig. Richtig chillig. Nice. Machen wir hier einfach alle nacheinander auf. Oh, 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 oh. Und noch eine. Oh, cool. Da kommt Feuerwerk raus. Die sind alle okay eigentlich bisher. Oh, nein. Die sind nicht okay. Nicht okay. Ich stecke schon. Okay. Ähm. Ja. Ihr lieben Leute. Wir stecken jetzt wieder hier in einem Dingens drinne fest. Wir hatten sehr, sehr viele tolle Lucky Blöcke gehabt auf jeden Fall. Aber jetzt hänge ich hier schon wieder in einem Dingens fest. Okay, pass auf. Ich habe einen Plan. Ja. Wir bauen das hier ab. Zack. Oh, da kann man auch eigentlich raus. Aber ich mache... Oh! Das war natürlich geplant. Ich habe ein Haus gebaut gerade. Ich habe einfach ein Haus gebaut, Leute. Easy. Ich habe ein Haus gebaut. Oh, nein. Nicht easy. Schnell ins Haus. Wieder zurück mit dir, Lars. Hilfe. Oh, wieso sind die im Haus drinne? Ich muss hier runterspringen. Einfach weg hier. Oh, mein Gott. Dieses Lucky Block Ding macht mich fertig, Leute. Also, ich weiß auf jeden Fall, was ich in nächster Zeit nicht spielen werde. Richtig. Lucky Blocks. Ah. Ich mache noch... Ha. Mann, ich kriege nur Schrott. Schon wieder dieses Bouncy Castle. Ich will hier raus. Hilfe. Nur Müll. Oder? Weg hier. Raus da. So. Ich habe bisher nur... Nur schrottige Sachen gehabt. Nichts irgendwo ruhig gesagt. Oh, nein. Jetzt habe ich die Hoden da angegriffen. Hilfe. Oh, Mann. Mann, Leute. Ganz im Ernst. Das Feuerwerk ist das... Oh. Hier ist eine Pyramide. Alla. Was ist jetzt passiert? Junge, Junge, Junge. Ah. Ah. Hilfe. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall fertig hier heute mit den Lucky Blöcken. Ich werde das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Außer ihr lasst ein Like da. Und ihr wollt mehr davon. Deswegen sehen wir uns morgen, liebe Leute. Respawn. War auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Sache. Das hier ist ganz cool gewesen mit den neuen Lucky Block Eiern. Aber ansonsten, das Feuerwerk ist da. Und das ist dann auch das Ende vom Video, Leute. Lasst ein Like da, falls ihr Bock auf mehr habt. Ihr wisst Bescheid. Hau da rein. Und tschüss. Was war das?